Nam nam nam. Konnichiwa, Twitches. Mein Internet war gerade weg. Das war ein bisschen blöd, deswegen mache ich jetzt ein Viertelstunden-Party, den ich einfach noch mit dran hänge. So. Ich war gerade abgehauen. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Wie so oft. Wann mal, wenn er da an der Leiche rumknabbert... Also jetzt nicht im wahrsten Sinne. Aber der wird jetzt recht umsichtig sein, oder? Deine Mutter. Geh schlafen. Schhh. Alles gut. Alles gut. Warum will ich den überhaupt irgendwo hintragen? Das macht doch gar keinen Sinn. Zum Glück stehen die halt auch nicht mehr auf. Hallo? Tragen, bitte. Den Körper verstecken. Das kriege ich hin. Da habe ich ja vorhin schon was gesehen, wo das gut... Scheiße. Okay. Der sieht das nicht hier. Der muss sich da jetzt nur wieder verziehen. Das ist alles gut. Oh. Da sind wir. Ahoy. Na? Okay, das meinte ich eigentlich gar nicht, aber da... Hallo? Ähm. Achso. Hübsch. Mit dem Polizeichef, wo ist denn der? In der Richtung? Ein gutes Stück. Kann ich mich da hochkrappeln? Ne, ne, du hast gar nichts gesehen. Der sieht Gespenster, der Mann. Hallo? Ich kann mich da... Grappeln? Danke. Hübsch. Yippie! Polizisten mit guter KI in Ubisoft Games. Klar, Trillen. Was? Ich habe nie gesagt, dass da... Habe ich nie gesagt. Ich habe nie gesagt. Ähm. Ach, da ist der Typ. Hey. Hier ist der Typ. Alter, die sehen alle gleich aus. Ach, sprechen. Was ist denn? Ich will doch nur mit dem reden. Dankeschön. Yes, yes, ja. Mit Bonus. Voll gut. Ich hab's halt drauf. Ich bin Profi. Da drüben gibt's Bier, das hol ich mir. Kann ich nicht toll reimen, ey. Wupsi, wupsi, wupsi. Warum sollte das Bier auf dem Dach sein? Warum sollte Bier auf dem Dach sein? Hallo? Alter. Das Ding hörst du bitte auf und gehst nach unten. Du verrücktes Weib. Die macht mich irgendwann noch krank, ey. Ähm, gibt's da wieder irgendein offenes Fenster oder sowas? Was? Wo ist das Bier? Nee, nee, nee. Mach das mal lieber nicht. Mach das mal lieber hier. Bier. Geht's da irgendwo rein? Habe ich... was... Das ist doch Bier, oder? Ich hab ja irgendwas gesehen schon. Von hier. Wo ist... Tschugio, vielen Dank fürs Trollen und Willkommen in der Schublade. Geht's auf der Seite irgendwo rein? Ich hab's doch grad gesehen. Ich hab's doch grad gesehen. Ich kann's doch auch markieren. 18 Meter. Oh Gott. Es ist schon im Erdgeschoss. Und da ist ein Pub. Vielleicht... Vielleicht... Einfach... Ähm... Nuketuber und... Bad Nebu, vielen Dank fürs Trollen und Willkommen in der Schublade. Wo kommt die denn auf einmal alle her? Ich hab grad irgendwie krasse Schwankungen in den Viewerzahlen. Geht mir das. Jo. Nehm ich einfach mit. Oh Gott. Dron. Vielen Dank fürs Trollen. Willkommen in der Schublade. Ich weiß, da wird was anderes angezeigt. Wo kommt die denn auf einmal her, alle? Hallo Käseliebhaber. Also das ist... Wenn sowas irgendwann mal bei mir im Pub passiert, dann... Vor allem die singen, um den Mund zu bewegen. Das ist gruselig. Och nö. Mann, da gehst du zum Pub. Wurscht. Ich glaube... Ich hol mir noch den Aussichtspunkt. Einfach weil der da gerade ist. So nämlich. Ja, nicht? Schön, dass ich da bin. Finde ich auch. What? Schon erledigt. Nichts wohlste machen. Das sind Bauchrednersängerinnen. Das sind Bauchrednersängerinnen. Also Bauchsängerinnen. Konnte ich hier nicht gerade grappeln? Dann grapple ich halt hier. Guten Tag, Trollen. Der Stream geht nicht. Klar geht der Stream. Ja, crazy. Klar geht der Stream. Außerdem, was bringt's, wenn ich sage, der Stream geht, wenn bei Tiax Blutax der Stream nicht geht? Bats! So, was fangen wir denn jetzt noch an mit unserer Zeit? Da ist noch ne Kiste. Kiste. Sprung in die Kiste. Hey, ab geht die Pust. Die Pust. Da oben drinne, komm ich denn da rein? Dabei ist wahrscheinlich da innen drinne. Das tut mir echt leid, ich hab die ganze Zeit... Irgendwie... Ne, ist das über mir? Hä? Kann ich denn nicht verarschen? Geht's hier irgendwo rein, oder was? Was? Was los? Hä, wo ist denn jetzt die Kistenmarkierung? Jetzt ist sie weg. Die wird doch da nicht auf dem Dach stehen. Okay, ich hab's wohl irgendwie geschafft. Einfach ein bisschen mit denen kuscheln, dann kriegen sie Angst. Ich hör's glitzern. Die Kiste muss hier irgendwo sein. Stellen die Dill wirklich aufs Dach. Mein Gott. Ka-ching! Sorry. Ach, schlimm ist das. Was? Da wird schon wieder gewubbelt. Hallo. Hallo, Eisenohr. Hallo. Hallo. Ach, Mann, das ist immer nicht über die... Mann, der ist ja... Ähm. So, was machen wir denn jetzt noch? Weil allzu viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr. Für den Part. Hm. Hm, hm, hm. Jussi, vielen Dank fürs Trollo und willkommen in der Schublade. Ähm. Also ich mein, in dem Gebiet brauche ich nicht viel machen, weil das ist ab Level 8 und ich bin erst Level 4. hier. Drum. Was ist denn los? Wunderbärchen, vielen Dank fürs Trollen und willkommen in der Schublade. Wo kommt ihr denn alle her? Sag mal, sag mal, sag mal. Das ist schon irgendwie komisch. Nachrichtenticker. Hatten wir nicht noch irgendeine, hatten wir nicht noch eine Quest auf dem Zug? Wo auch immer der gerade ist. Da ist er. Ja, da gibt's Dinge zu tun. Wubble Gangnam Style. Das sah gerade fast aus wie eine Arschbombe. Was? Wieso eigentlich willkommen in der Schublade? Weil ich die Schubladentrollin bin. Deswegen stecke ich meine Zuschauer in Schublade. Beziehungsweise in die Schublade. Die einzig wahre, multi-funktionelle. Hä? Wow. Wow. Okay. Danke, dass das so schnell lädt. Aber Spielen nach Gehör wollte ich eigentlich nicht machen. Achso. Seht ihr das? Hallo, Mr. Gatling. Uiuiui. Ich freue mich auf Level 5. Das könnte lustig werden. Spielen nach Gehör. Was bringt mir das denn? Guck mal, Verteidiger gewann. Ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Weil... Ne? Das war ja jetzt der, 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 der Part und den... Weil er gerade eben der Stream weg war. Ich mache einen Cut für YouTube. Liebes YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich grüße euch ein weiterg голов